Hallo, ich heiße Christian und komme aus der Stadt Perg in Oberösterreich und ich suche jetzt eine Freundin, aber nur für Sex, nur für Sex eine Freundin. Und gibt es eigentlich eine Freundin? Hier in der Gegenwart, da irgendwo. Da Gegenwart. Ja, ich bin nämlich ein bisschen wieder zurück. Und ich bin ein bisschen, weil mein Freund Juli ist gerade nach Hause gekommen. Er arbeitet bei der Firma Hagebaumarkt in Perg. Und ja, jetzt, ich bin so allein mit ihm. Könnt ihr mir vielleicht mal sagen, ob ihr jemanden kennt, der gerne mit uns eine Kuschelstunde haben will. Ein bisschen kuscheln, also mit uns im Bettchen bei mir zu Hause. In der Heustraße. Okay, wenn ihr da jemanden wisst, aus dem Bezirk Perg oder außerhalb, also in Oberösterreich, der gerne mit uns kuscheln möchte, dann bitte meldet euch bei uns. Mein Freund Juli und ich freuen uns. Okay, ciao, macht es gut.